Die erste edle Wahrheit Die Rolle des Leidens Die erste edle Wahrheit ist die Wahrheit eines grundlegenden Unwohlseins in Körper und Geist. Die Wahrheit, dass es Leiden in der Welt gibt. Das entsprechende Wort in Sanskrit ist Dukkha. Wie hat der Buddha diese Wahrheit entdeckt? Wo immer er sich auch umschaute, sah der Buddha Armut, Krankheit, Altern und Tod. Wir alle sehen im Laufe unseres Lebens diese Dinge. Leid ist eine Tatsache. Akzeptieren wir diese Tatsache nicht, können wir uns nicht weiterentwickeln, werden wir keine Fortschritte auf dem Weg machen können. Es gibt in uns und um uns herum Leid. Der Buddha hat diese Tatsache gesehen und sich nicht in metaphysische Fragen geflüchtet wie »Wer hat die Welt erschaffen?« oder »Was ist der Sinn des Lebens?« Er begann mit der Wahrheit, die er in seiner Umgebung vorfand. Das ist die erste ethische Leitlinie. Wir müssen tief betrachten, was um uns herum geschieht, bevor wir dessen Ursachen verstehen und hoffen können, es zu transformieren. Statt unseren Geist auf Wanderschaft zu schicken, können wir wahrnehmen, was wir im gegenwärtigen Moment erkennen. Und wir können das Erkannte bei seinem wahren Namen nennen. Das ist konkretes Tun, keine theoretische Philosophie. Wir schauen tief und sehen, dass Leid da ist. Sind wir dessen wirklich gewahr und nennen es bei seinem wahren Namen, ist das sehr hilfreich. Dann wissen wir genau, welche Art Medizin, welche Art Heilung wir brauchen, um mit unserem Leid umzugehen und »Sukka«, »Wohlbefinden« hervorzubringen. Die Wahrheit über Dukka zu enthüllen, führt zu der Wahrheit über das Beenden von Dukka. Nicht alles ist Leiden. Es gibt Menschen, die behaupten, alles sei leidvoll. Das ist nicht wahr. Es ist eine Übertreibung dessen, was der Buddha gesagt hat. Der Buddha sprach davon, dass Leid existiere. Aber er vertrat nicht, dass es das Einzige sei, was es gebe. Es gibt Ursachen, die Leid hervorbringen. Doch es ist möglich, einen Zustand zu erlangen, in dem diese Ursachen nicht mehr vorhanden sind. Wir können nicht sämtliches Leiden beseitigen. Es ist ein Irrtum zu glauben, wir könnten nur glücklich sein, wenn wir sämtliches Leiden beseitigen. Es gibt viele Dinge, über die wir unglücklich sind. Aber es gibt auch vieles, das uns Freude macht. Am Morgen erwachen, ruhig und friedvoll mit einer Freundin zusammensitzen. Das ist Glück. Das bedeutet aber nicht, dass wir damit vollkommen ohne Leiden wären. Jeder von uns trägt ein gewisses Maß an Leid in sich, aber wir können damit auf eine geschickte Weise umgehen. Sagen wir, das Leben bestehe nur aus Leiden, ist das nicht richtig. Doch behaupten wir, dass das Leben nur aus Glück bestehe, wäre auch das nicht korrekt. Es gibt beides, und beides spielt seine jeweilige Rolle. Wüssten wir nicht, was Hunger ist, könnten wir gar nicht genießen, etwas zu essen zu haben. Wir essen gut und sind glücklich dabei, wenn wir wirklich hungrig sind. Doch wir können nicht darauf warten, erst dann glücklich zu sein, wenn wir uns sämtlichen Leidens entledigt haben. Dieser Moment wird niemals kommen. Es gibt viele Geschichten über Prinz Siddhartha, den Mann, der zum Buddha wurde. Viele dieser Geschichten beginnen damit, dass Siddhartha ein behüteter Prinz war, der eines Tages auf einem Ausflug außerhalb des Palastes zum ersten Mal Krankheit, Altern und Tod begegnete. Die Erkenntnis dieses Leids machte ihn so traurig und verzweifelt, dass er Mönch werden wollte, weil er darin eine Möglichkeit sah, anderen Menschen zu helfen, einen Weg aus dem Leid zu finden. Diese Version der Geschichte erscheint mir doch arg naiv. Siddhartha war ein intelligenter junger Mann. Es kann einfach nicht stimmen, dass er nie einen kranken Menschen gesehen hatte, und es ist mehr als unwahrscheinlich, dass er mit 29 Jahren noch niemals mit einem Sterbenden konfrontiert gewesen wäre. Sein Vater war ein König. Doch ein König hatte gar nicht so viel Macht, wie wir vielleicht glauben mögen. Es mag auch damals korrupte Minister gegeben haben, die die Lösung wichtiger Probleme verhindert haben. Selbst als König kann man dem Volk nicht alles Leid ersparen. Es gibt viele arme oder hungrige Menschen. Als intelligenter junger Mann wird Siddhartha das erkannt haben. Und so fasste er den Entschluss, einen Pfad zu finden, der allen Glück bringen könnte. Darum suchte er nach einem Weg. Was ist Leiden? Buddhistische Lehrende haben traditionellerweise Leiden als Geburt, Alter, Krankheit, Tod, getrennt sein von dem, was wir lieben und zusammen sein mit dem, was wir ablehnen, beschrieben. All diese Zustände können Leid verursachen, aber sie sind nicht dessen einzige Quellen. Verzweiflung ist eine Form des Leidens. Sorgen sind eine Form des Leidens und auch Depressionen sind eine Form des Leidens. Oft ist uns gar nicht bewusst, wie sich in unserem Körper und Geist die Probleme auftürmen. Stress, Spannungen und Angst können sich ansammeln und dazu führen, dass wir uns unwohl fühlen und leiden. Auch Gewalt ist eine Form des Leidens. Gewalt ist eine zerstörerische Energie, die uns antreibt, andere bestrafen zu wollen, weil sie es gewagt haben, uns Leid zuzufügen. Diese Wut, dieser Ärger existiert wirklich. Das Verlangen zu zerstören oder zu strafen ist in jedem und jeder von uns. Es existiert in der Gesellschaft und in jedem Einzelnen. Terrorismus ist die extremste Variante dieses Verlangens. Die Grundlagen des Terrorismus werden von falschen Wahrnehmungen oder Auffassungen, von Gewalt, Angst und Unruhe gebildet. All diese Gefühle existieren zusammen in einer Person. Wenn Sie die Samen der Angst und Gewalt, die auch in Ihnen sind, eine Zeit lang gut gewässert haben, braucht es nur ein geringes Ausmaß an falscher Wahrnehmung bezüglich einer anderen Person oder Gruppe und Sie werden bereit sein, sich in die Luft zu sprengen und andere zu töten. Unmittelbar vor dem Einmarsch in den Irak 2003 hielt ich bei einer interreligiösen Friedenszusammenkunft in Frankreich einen Vortrag und sagte, Sie, die in dieser Stadt leben, sind alles ganz normale Erwachsene und Kinder. Stellen Sie sich vor, Sie wissen, dass in vielleicht 24 Stunden Bomben auf sie und ihre Stadt abgeworfen werden sollen. Sie wissen, dass Kriegsschiffe ihre Küste belagern. Sie würden in fortwährender Angst leben. Auch wenn das Bombardement noch nicht stattgefunden hat, fühlen sich die Menschen in den Städten in Angst und Schrecken versetzt. Sie spüren bereits die Bedrohung eines Bombardements. Das ist eine Form des Terrorismus. Niemand, der in den Krieg zieht, ist unschuldig am stattfindenden Terror. Gewalt und Wut sind in uns allen und wir strahlen sie aus. Ist unsere Energie der Gewalt stärker, leiden wir auch stärker. Ist sie schwächer, leiden wir weniger. Gewalt, Stress und Angst in uns verursachen nicht nur uns Leid, sondern auch denen, die uns nahestehen, den Menschen in unserem Umfeld. Unsere Wut und Energie können aber auch weitere Kreise ziehen und sogar Fremden Leid bereiten. Wir haben unterschiedliche Formen des Leids in uns und es ist wichtig, sie bei ihren wahren Namen zu nennen, um das jeweilige Leiden anerkennen und seine wahren Ursachen sehen zu können. Das globale Leiden unserer Zeit Es gibt viele Beispiele für globales Leiden. Die Umweltzerstörung, die viele künftige Generationen tangiert, ist eine Krankheit unserer Zeit. Auch Terrorismus ist eine Krankheit unserer Zeit. Ein terroristischer Akt ist ein Akt der Gewalt, aber gleichzeitig ist er ein Akt der Verzweiflung. Auch religiöse Kriege gehören zu den Formen globalen Leidens. Fanatismus, Diskriminierung, Spaltung, Gewalt wie auch ökonomische Krisen. Sie alle verursachen globales Leiden. Hunger, Krankheit und Armut an vielen Stellen in der Welt ebenso. Die Zerstörung menschlichen Lebens und des Ökosystems sowie die vielen sozialen Ungerechtigkeiten sind die Ursachen weltweiten Leidens. Nehmen wir einmal an, wir bitten einen politisch Verantwortlichen über diese Situation im Sinne der ersten edlen Wahrheit zu sprechen. Sie oder er würde vielleicht über Arbeitslosigkeit, Kriminalität oder eine Krise des Gesundheitssystems reden. Wenn wir uns zu Formen des Leidens äußern, wollen wir aber tiefer gehen. Die Politiker sprechen möglicherweise nur über die Symptome, nicht über die Wurzeln des Leidens. Ethischer Buddhismus geht tiefer. Er ist sehr persönlich und sehr genau. Dabei geht es auch um die vielen Wege, wie wir in jedem Moment ethische Entscheidungen treffen können. Wichtig ist, die Dimension des persönlichen Leidens einzubeziehen, zu erkennen, wie es sich als Spannungen oder Schmerz in Körper und Geist zeigt. Ohne Zweifel müssen wir Armut beseitigen und mit den Problemen der Erderwärmung und des wirtschaftlichen Niedergangs umgehen. Doch beginnen müssen wir mit den schmerzhaften Gefühlen in uns. Wir müssen uns darum zuerst kümmern. Haben wir uns nicht damit befasst, schaffen wir vielleicht ungewollt noch zusätzliches Leid während unseres Versuchs, es zu mindern. Der Buddha begann in seiner ersten Lehrrede nicht als erstes vom Leiden an sozialem Unrecht, Armut und Hunger zu sprechen, auch wenn ihn all diese Dinge sehr bekümmerten. Er begann mit dem Mangel an Frieden in unserem Körper und Geist. Wir müssen auf realistische Weise und direkt an der Wurzel mit dem Leiden umgehen. Die Formen des Leidens sind miteinander verbunden. Jede Form des Leidens sollten wir bei seinem wahren Namen nennen. Doch all diese verschiedenen Formen existieren nicht getrennt voneinander, sie sind miteinander verbunden und bedingen einander. So ist die Gewalt in einer unglücklichen Familie mit dem Stress jedes Familienmitglieds verbunden. Jedes Elternteil ist zugestresst, sie haben keinen Frieden, keine Ruhe. Schon ein Wort, das eine Person ärgert, kann zu einer Eskalation führen. Das Leiden und die Streitereien in einer Familie beginnen also nicht mit Unfreundlichkeit, sie beginnen mit dem Schmerz und Stress einer Person. Der Stress wird dann von dem Stress der anderen Familienmitglieder gewässert und Ärger und Gewalt blühen und gedeihen. Es gibt also eine Verbindung zwischen den Dingen, eine Wechselbeziehung. Das Leid einer Familie ist aber auch nicht nur auf die Familie beschränkt, es ist auch mit vielen anderen Dingen verbunden. Woraus besteht Leiden? oft fragen Menschen, warum sollen wir Leiden edel nennen? Was soll daran edel sein? Die Antwort lautet, dass wir tief schauend erkennen können, dass Leiden nur aus Nichtleiden Elementen besteht. Der Buddha sagte nicht, wie bereits erwähnt, dass alles leidvoll sei. Das wäre nicht richtig. Er sagte nur, dass es Leiden in uns gibt. Diese Wahrheit beinhaltet nicht, dass wir aufgeben und uns umbringen sollten. Stattdessen wollte der Buddha, dass wir unsere Probleme anerkennen und mit anderen teilen. Wir alle leiden in tiefgehender Weise und viele von uns leben mit einem fortwährenden Gefühl des Unglücklich Seins. Über Dukka wird oft im Sinne von Tod, Alter, Krankheit und so weiter gesprochen. Doch Geburt und Tod sind Teil des Lebens. Und wenn wir das Leben akzeptieren, müssen wir auch Geburt und Tod annehmen. Genau gesprochen sind diese Faktoren also Nichtleiden. Ob wir unter oder an etwas leiden oder nicht, hängt davon ab, wie wir es betrachten. Unser Leiden besteht aus Nichtleiden-Elementen. Es gibt eine große Freude in uns, die wir auch bei den Dingen erleben können, die in sich Leidvolles tragen. Der Buddha sah zum Beispiel, dass das Alter Leiden beinhaltet. Doch ich selbst bin alt und ich bin sehr glücklich. Ich finde das Alter herrlich. Wenn wir alt sind, haben wir nicht mehr die ganze Aufregung und den Stress, den junge Leute vielfach durchleben. Wir sind reifer geworden und haben aus den Jahren gelernt, in denen wir uns ungeschickt verhalten haben. Das Alter ist wundervoll. Als junger Mensch sind sie wie ein junger Fluss, der auf seinem Weg vielen Felsen, Hindernissen und Schwierigkeiten begegnet. Sie haben es eilig, diese Hindernisse zu überwinden und den Ozean zu erreichen. Doch auf seinem Weg durch die Felder und Auen wird der wenn sich die Wolken und der blaue Himmel in ihm spiegeln. Es ist wundervoll. Sie werden sowieso am Meer ankommen. Genießen sie also die Reise. Erfreuen sie sich am Sonnenschein, dem Sonnenuntergang, dem Mond, den Vögeln, Bäumen und den vielen schönen Dingen entlang des Weges. Genießen sie jeden Moment ihres Lebens. Das Alter kann etwas sehr Erfreuliches sein. Wir gehen auch davon aus, dass Krankheit leidvoll ist. Doch eine Krankheit stärkt vielfach das Immunsystem und unterstützt daher den Umgang mit späteren Infektionen. Wenn ein Kind oft krank gewesen ist, entwickelt es sich häufig zu einem recht gesunden Jugendlichen. Zeiten des Krankseins sind heutzutage oft auch unsere einzige Möglichkeit, eine Auszeit zu nehmen. Sind sie krank und können daher das Haus nicht verlassen, gibt ihnen das die Möglichkeit, tief zu schauen und Zeit mit sich zu verbringen. Vielleicht nehmen sie sich auch nur dann die Zeit, zu sich selbst nach Hause zurück zu kehren, wenn sie krank dann niederliegen. Auch der Tod ist nicht nur Leiden. Der Tod ist auch Teil des Lebens. Er ist kein Feind. In jedem Moment sterben viele Zellen unseres Körpers, um Platz für neue zu machen. Sterben findet also immerzu statt. Ohne den Tod gäbe es keine Geburt. Stellen Sie sich vor, es existierte kein Tod. Es gäbe nur sehr viele alte Menschen auf unserem Planeten und keinen Platz, um Babys in die Welt zu bringen. Wir sollten uns darum bemühen, den Tod ohne Angst anzunehmen. Der Tod ist etwas Natürliches. Schauen wir tiefer, erkennen wir zudem, dass wir nicht wirklich sterben, sondern in anderen Formen weiterleben. Von einer Form in eine andere zu wechseln, kann etwas sehr Freudvolles sein. Kontinuität Als Meditation oder Kontemplation zu diesem Thema können Sie sich vorstellen, sie wären eine Wolke. Sie bestehen aus winzigen Eiskristallen oder aus Wassertropfen. Sie sind so leicht, dass sie nicht einfach fallen. Sie schweben. Es gibt riesige Wolken, Tonnen von Wasser, die auf diese Weise in der Luft schweben. Zwischen den winzigen Eiskristallen gibt es Begegnungen, Zusammenstöße. Manche Eiskristalle finden sich zu einem größeren Eisblock zusammen, der, wenn er in wärmere Gefilde gerät, zu großen Wassertropfen wird und als Regen herabfällt. Doch auf halbem Wege treffen die Tropfen auf eine Schicht noch wärmere Luft, sodass sie verdunsten und wieder hochsteigen, wieder sinken und aufsteigen, sinken und aufsteigen. Seelenwanderung, Reinkarnation und Wiedergeburt passieren in der Wolke ständig. Eine Wolke muss kein Regen werden, um ein neues Leben zu bekommen. Eine Wolke hat in jedem Moment ein neues Leben. Wenn Sie eine Wolke eine Zeit lang am Himmel schweben sehen und glauben, es sei stets dieselbe Wolke, dann stimmt das nicht. Eine Wolke ist sehr aktiv. Sie kann eine sehr kraftvolle Energie entwickeln wie Blitze. Sie kann große Zerstörung anrichten und sehr schnell sein. Viel von einer Wolke ist auch in uns. Wir trinken tagtäglich Wolken, immer wenn wir Wasser trinken. Wie bei einer Wolke Geburt, Tod und Wiedergeburt in jedem Moment geschehen, so geschehen sie auch in jedem Moment unseres Lebens. Fragt jemand Sie, was geschieht mit mir, wenn ich sterbe? Helfen Sie diesem Menschen vielleicht durch die Frage, was geschieht mit dir im Hier und Jetzt? Wissen wir, was uns im Hier und Jetzt geschieht, können wir auch die andere Frage sehr leicht beantworten. Wir durchleben genau jetzt, Geburt und Tod. Wiedergeburt geschieht jetzt, denn geistig und körperlich werden sie in jedem Augenblick wiedergeboren. Sie werden in jedem Augenblick neu, werden eine neue Person, ein neues Wesen. Wenn wir wissen, wie, ist unsere Erneuerung schön. Wir müssen nicht warten, bis wir sterben, um zu wissen, was mit uns geschieht. Wenn wir tief in den gegenwärtigen Moment schauen, erkennen wir, Geburt und Tod in jedem Moment stattfinden, in unserem Körper und in unserem Bewusstsein. In jedem Moment unseres Lebens nehmen wir Energie auf und geben welche ab. Wir atmen ein, wir nehmen Nahrung zu uns, wir haben neue Ideen und Gefühle. Wir atmen aus, scheiden aus und lassen Ideen und Gefühle los. Luft und Wasser, der gesamte Kosmos durchdringen und durchziehen uns, erneuern uns und wir geben unsererseits andere Dinge an den Kosmos ab. Stellen wir uns vor, dass wir über den Tod einer Wolke sprechen. Wir schauen zum Himmel und sehen unsere geliebte Wolke nicht mehr und schluchzen, meine geliebte Wolke, du bist nicht mehr da, wie kann ich ohne dich weiterleben? Wir meinen, die Wolke sei vom Sein ins Nicht Sein, von der Existenz in die Nicht Existenz über gegangen. Doch es ist unmöglich, zu sterben bedeutet, von etwas plötzlich zu Nichts zu werden, von jemandem zu niemandem. Doch das geschieht nie. Eine Wolke kann Regen, Schnee, Nebel oder Wasserdunst werden, doch sie kann nicht Nichts werden. Sie haben nicht erst mit ihrer Geburt angefangen zu sein. Es gab sie bereits vor ihrer Geburt in vielen anderen Formen. Nehmen wir an, ein Teil der Wolke hat sich in Regen verwandeln können, fällt auf die Erde und wird Teil des Flusses. Der Rest der Wolke ist noch oben am Himmel, schaut hinunter, sieht seine Fortführung unten auf der Erde und denkt vielleicht, hab eine gute Reise, du da unten. Ich genieße es, hier oben zu sein, doch ich hoffe, dass du, die ein Teil von mir ist, es dort unten genießen wirst. Es ist schön, am Himmel zu schweben. Es ist ebenso schön, unten auf der Erde zu sein. Auch für uns als Menschen können wir das so betrachten. Wir können uns in unseren Kindern, unseren Schülerinnen und Studenten, unseren Freundinnen und Freunden, unseren Familienangehörigen sehen. Ihr Glück ist unser Glück. Unser glücklich und unglücklich sein hängt von ihnen ab. Wir sehen uns überall, denn in jedem Moment denken, reden und handeln wir, und das ist unsere Kontinuität in der Welt. Leiden hängt von unseren Vorstellungen ab. Ein Großteil unseres Leidens hängt von unseren Vorstellungen ab. Immer wenn wir etwas nicht bekommen, was wir haben wollen, sehen wir das als Leiden. Doch manchmal leiden wir sogar noch mehr, wenn wir bekommen, was wir wollen. Weil es nicht das ist, was wir uns vorgestellt haben. Oder weil sich dadurch etwas anderes in unserem Leben zum schlechten wandelt. Manchmal aber wertschätzen wir das, was wir einmal wollten, gar nicht mehr, und es verlangt uns nach etwas anderem. Der zweite Pfeil Schmerz ist sicherlich etwas Unvermeidbares im Leben. Doch es liegt an ihnen, ob sie deswegen leiden oder nicht. Zu leiden ist letztlich optional. Sie wählen, ob Geburt, Altern und Krankheit sind natürliche Ereignisse. Es ist möglich, nicht darunter zu leiden, wenn sie sich entschieden haben, diese Ereignisse als Teil des Lebens anzunehmen. Sie können sich sogar, wenn sie Schmerzen haben oder krank sind, dafür entscheiden, nicht zu leiden. Wie sie das Leben und ihre persönliche Situation verstehen, hängt von ihrer Sichtweise ab. Schauen wir tief in unser Leiden, können wir uns fragen, was wir dazu beigetragen haben oder noch weiterhin beitragen, um es aufrecht zu erhalten. Das bedeutet nicht, dass unser Leiden nicht real wäre, sondern dass wir es mindern statt vergrößern können und dass wir es sogar zu transformieren vermögen. Der Buddha sagte, wir sollten unseren Schmerz nicht verstärken, indem wir eine Situation dramatisieren. Er benutzte dafür das Beispiel eines Mannes, der von einem Pfeil getroffen wurde. Ein paar Minuten später wird der Mann an der gleichen Stelle von einem weiteren Pfeil getroffen. Dadurch verdoppelt sich der Schmerz nicht nur, er kann sich verzehnfachen. Erleben wir also Schmerz, sei es ein körperlicher oder geistiger, sollten wir ihn als Schmerz erkennen. Aber wir brauchen ihn Atmen. Einatmend weiß ich, dass ich leide. Ausatmend lächle ich meinem Leiden zu. Wir können Freundschaft mit unserem Leben schließen, als Teil unseres Bemühens, das Leiden zu verwandeln. Wenn wir es erkennen und bei seinem wahren Namen nennen, sind wir im Stande, Frieden damit zu schließen und werden so weniger leiden. Wenn wir den Schmerz in der Welt sehen, der durch Leid verursacht ist, können wir der Welt helfen, weniger zu leiden. Doch wir beginnen immer mit uns selbst. In uns selbst müssen wir als erstes Frieden schaffen und das Leiden mindern, denn wir repräsentieren die Welt. Frieden, Liebe und Glück beginnen mit und in uns selbst. Das Leid, das wir in der äußeren Welt sehen, spiegelt sich im Leiden, der Angst und Wut in uns. Kümmern wir uns um uns selbst, ist dies der erste Schritt, Sorge für die Welt zu tragen. Kein Schlamm, kein Lotus Stellen Sie sich vor, es gäbe kein Leiden. Das ist so, wie sich einen Lotus vorzustellen, der ohne nährenden Schlamm wüchse. Man kann Lotus nicht auf Marmor pflanzen. Ohne Schlamm gibt es keinen Lotus. Wollen Sie also Lotusblumen haben, müssen Sie sich Schlamm beschaffen. Wenn Sie tief in die Natur des Lotos schauen, werden Sie darin den Schlamm erkennen. Sie können den Schlamm nicht vom Lotus entfernen. Würden Sie das versuchen, wäre dies das Ende des Lotus. Lotusblumen bestehen aus Nicht-Lotoselementen wie Schlamm. Glück besteht aus Nicht-Glückelementen wie Leiden. Aus dem Leiden Lernen Manche Menschen stellen sich den Himmel als Leidlosen Ort reiner Glückseligkeit vor. Doch das, was Glück wahrhaft ausmacht, sind Verstehen und Liebe. Davon haben wir in unserer Welt nicht genug. Wir dürsten danach. Manchmal haben wir das Empfinden, niemand verstehe oder liebe uns. Würden wir uns geliebt und verstanden fühlen, bräuchten wir nicht auf den Himmel zu warten. Wir könnten hier und jetzt auf dieser Erde glücklich sein. Ich definiere den Himmel als einen Ort, an dem es viel Verstehen und Mitgefühl gibt und das beinhaltet, dass es dort auch Leiden gibt. Wäre das nicht so, wäre es kein guter Ort zum Lernen. Viele von uns haben Angst davor, sich schlecht und unwohl zu fühlen und wir haben die natürliche Tendenz, dem entkommen zu wollen. Das ist zu einer kollektiven Gewohnheit geworden. Epidemisch geworden ist unsere Neigung, unsere Leiden mit Alkohol, Drogen, Beruhigungs- und Schmerzmitteln zu betäuben. Doch legt die erste edle Wahrheit nahe, dass wir nicht weglaufen, sondern unser Leiden anerkennen sollten. Verstehen wir Leiden nicht, können wir auch Glück nicht verstehen. Mitgefühl und Liebe werden aus dem Verstehen geboren. Wie können sie jemanden lieben, wenn sie nicht auch seine Freuden und sein Leid verstehen? Wie können sie ihr Kind oder ihre Partnerin ihren Partner lieben, ohne deren Schmerz und deren Herausforderungen zu verstehen? Wenn sie jemanden lieben und glücklich machen möchten, sollten sie sich fragen, verstehe ich ihn oder sie gut genug? Gehen sie ruhig zu ihrer Partnerin, ihrem Freund oder ihrem Kind und fragen, fühlst du dich eigentlich von mir verstanden? Die angesprochene Person wird ihnen antworten. Wirkliches Verstehen bedeutet, die Schwierigkeiten, Enttäuschungen und den Schmerz des geliebten Menschen zu verstehen. Verstehen sie ihren eigenen Schmerz, ist es für sie viel einfacher, den der anderen Person zu verstehen. Der Buddha empfahl uns, nicht vor dem eigenen Leid davonlaufen zu wollen, sondern es stattdessen zu umarmen und tief zu betrachten. Verstehen erwächst aus tiefem Schauen und daraus entsteht Mitgefühl. Verstehen und Mitgefühl lassen Glück möglich werden. Innerhalten und tiefes Schauen Um das Leid eines anderen Menschen verstehen zu lernen, müssen wir unser eigenes Leid tiefer betrachten, ihm lauschen und es wahrnehmen. Tief Schauen beinhaltet Innerhalten in dem, was wir gerade tun und uns darauf zu konzentrieren, was wir wahrnehmen. Das sind zwei Schritte. Der erste ist Innerhalten, Shamatha auf Sanskrit. Halten sie inne, wird ihr Geist sehr still und sie sehen die Dinge in tief gehender Weise. Der zweite Schritt ist wie Pashjana, tiefes Schauen. Reines Erkennen Was aber ist genau mit Innerhalten gemeint? Auf was bezieht es sich? Es bezieht sich auf unseren denkenden Geist. Gehen oder sitzen sie auf achtsame Weise, so hören sie nicht damit auf, sondern sie gehen oder sitzen weiterhin. Doch sie hören damit auf, den Gedanken zu folgen und sie kommen mit jedem Schritt und mit jedem Atemzug in den gegenwärtigen Moment zurück. Sie hören auf, sich auf ihre Sorgen und Ängste zu konzentrieren und lassen sie vorbeiziehen. Natürlich werden diese Sorgen und Ängste zurückkehren, doch dann sagen sie einfach Hallo und auf Wiedersehen zu ihnen. Sie müssen sie nicht bekämpfen oder unbedingt weghaben wollen. Auch müssen sie nicht denken, ist das nicht schrecklich, ich denke einfach zu viel über all das nach. Sie sagen einfach ganz freundlich Hallo und auf Wiedersehen. Sind es hartnäckige Gedanken, werden sie das vielleicht viele Male sagen müssen. Allmählich wird ihr Innerhalten entspannter und wirksamer. Das Leiden bei seinen wahren Namen nennen Entsprechend der ersten edlen Wahrheit müssen wir unser Leiden bei seinem wahren Namen nennen. Haben wir dem einen Namen geben können, befähigt uns das besser dazu, die verschiedenen Formen des Leidens tief zu betrachten, um Wege der Transformation zu finden. Verstehen wir die Natur des grundlegenden Unwohlseins nicht, sind wir blind für den Pfad, der zum Wohlbefinden führt. Betrachten wir das Leid, entdecken wir die Wahrheit über die Bestandteile des Unwohlseins und welcher Pfad zu dessen Verwandlung in Wohlbefinden führt. Das Leidens von Wohlbefinden des Unwohlseins Untertitelung des ZDF, 2020